So, Woche 21. Oh, scheiße, mein Tier hat nicht Essen. Mein Scheiß-Tier braucht immer wieder Essen. Ja, ich bin pleite. Und ich lass mir schön zinsen, die immer bei der Bank. Lass mal Geld verdienen. Da ich mir keine Sorgen mehr machen muss, von wegen Essen. Naja. Muss ich nicht machen. Wird ja automatisch... Ach, scheiße, ich muss mein Konto vielleicht mal auffüllen. Äh, zack. Hm, ich glaub das kostet 200, kann das? Nee, ich hab schon bezahlt. Ach so. Ich bin allerdings am überlegen, ob ich das machen soll. Komm! AHH! Du, 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 du. Ganz hab, du glaubst ein Messer aus dem Restaurant. Ganz hab, deswegen... er hat er hat mein ganzes Geld der Wänke jetzt ist es arbeiten bitte nicht in den Kühlschrank bitte nicht in den Kühlschrank Arbeiter noch mal noch mal raustappen zur Bank zahl nochmal 200 ein sehr schön raus dann gehst du zu Plakas holst mir dann schön saft und dann nach Hause entspannen alles klar so jawoll so so sieht es aus meine freunde gestreiten ich hab sogar noch hier guck mal alles rein ernsthaft mach mir nichts nach so 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 B, ich bekomme weniger Credits, also... Hast du schon gegessen? Ich brauche kein Essen. Ich habe den Kühlschrank. Alter, ich habe eine ganze Rem-Strecke mit einem kleinen Murmelzett gemacht. Ja. Kann man schon mal machen. So, gehst du arbeiten? Ja. Arbeiten... Ich bin wieder zur Hälfte. Okay, wir machen mal drei Viertel. So, Stop, aus. Dann gehst du Plakas. Freust du mir mal da wieder eine schöne Fritte hatte? Ja. Gehst du raus? Ähm, Einkaufszentrum? Einkaufszentrum? Gehst du dann zu Mobiliar? Ja. Ach nee, das war Dings... Ähm, Haushaltsgerät. Willst du da rüber? Ja. Junge, der Toaster. Nee, der Fernseher. Der Fernseher. Der ist nicht mal im Angebot. Bitteschön. Ich habe dir dein Fenster gekauft. Raus. Aber dann ab. Dann nach Hause. Alter. Oh, entspannen. Nice, Herr Scheiß. So. Ja, gut. Klar. Ich drasche. Ich frage mich, wie das jetzt funktioniert. Mit dem Handy. Keine Ahnung. An sich sollte er sich Essen kaufen. Da ich mir ja jetzt das Handy gekauft habe. Ja, dann geh mal zum... Ich will es aber nicht austesten, tatsächlich. Siehst du, kannst du doch. Stimmt. Ja, easy. Na, da kann ich schon mal wieder lassen. Geht dann da runter. Fand auch mal ein. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Studieren, ich will schlau werden. Du bist schon voll mit Studieren, oder? So. Okay. Mieter. Kriminalität ändert. Und TPK. Wow. Ich frage mich, ja. Interessant. Dann... Miete zahlen. Jupp. Klauseln. Dann gehst du... Arbeiten. wieder zur Hälfte. Dann gehst du raus. Zur Uni. Schreibst mich dann für den nächsten Lehrgang ein. Jupp. Hämmer es dann... einmal drauf. Nochmal. Und dann gehen wir zum Zuglöck auf. Und Burger. Und dann nach Hause. Schreibst du. Entspann. Ach du scheiße. Niete. Ja. Ja. Jawoll. Schreibst du. Schreibst du. Schreibst du. mal da rüber. Wollen wir das mal. Dann geh ich auf ne Bergwandeln. Arbeiten, arbeiten. Komm, der Drasch noch. Junge. Mieter habe ich fast vergessen. Tödliche Vision. Ja, wieso habe ich so wenig eigentlich? Ich habe dich verlangsamen. In welchem Sinne? Ja, ich habe dir den Effekt Verlangsamungen gegeben für eine Runde. Okay. Wo kann man das machen? Das kannst du hier machen. Ah ja. Geh mal zum Klackers. Oh nein, scheiße. Klackers. Ja, ja. Fritten. Fritten. So, durch, äh, Dingstudio. Fitness. Ja. Durchziehen. Alter, wie viel's. So, dann gehst du zum Haus. Ja. Und Spannung. So, ne Bergwanderung tat auch gut. Ah, meine Nahrung ist auch geil. So. Ich würde gerne noch mal Nahrung kaufen. Dann geh ich mal noch in der Arbeiten. Was ist das? Was ist das? Ja. Ey, das ist nicht der Ernst, oder? Ey, das ist nicht der Ernst, oder? Ola. Oh. Oh. Ja. Äh, ich hab ne Discord noch bekommen. Wow. Oh, wow. Geh mal zur Bank. Ja, ich geh zur Bank. Hol alles mal runter. Ja. Dann zur Arbeit. Zur Arbeit, ja. Arbeiten. Wie viel? Bis zur Hälfte. Auf Scherze, sorry. Dann zur Haushaltsgeräte. Jo. Da holst du mir mal den Kühlschrank. Ja. Und dann geh ich zum Markt. Hol mir da Lebensmittel für vier Wochen. Ja. Geh dann zur Bank. Ja. Geh dir das Geld rein. Ja. Und geh dann nochmal arbeiten. War ich nicht sozial? Was? Was? Ja. Und mir geht's Ast rein. Ach, gleich hast du das immer noch geschlossen? Ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, mein Haussegel kriegt nur dort Porno. Essen. Ah, ja. Dann haben wir das noch. Was können wir denn noch so machen? Was? Ja, komm. Was hast du gefragt? Ja, nix. Alles gut. Okay. Oh, ich könnte Kredits aufnehmen. Ah, nee. Scheiße. Falsch herum. So. Ah, scheiße. Okay. Ja. Nach der Zimmerparty. Wow. Oh. Hm. Okay. Arbeiten? Ja. Ja, wir gehen auch rein. Hämmers. Durch? Also komplett einmal durch. Jo. Stopp. Okay, egal. Du hast gefangen und alles einzahlen. Du hast gesagt durch, tut mir leid. Ja, ja, ja. Alles durch. Ist egal. Oh. So streicheln. Jetzt auch bei dir das nicht ist. Warum? Warum sollte das bei mir sein? So. Was kann man denn noch so schönes machen? Aber was ich gut fand, war das hier. Okay. So. So. Bevor wir das machen. Ähm. Ich will jetzt hier in Silber rein. Und tu dann alles einzahlen. Da. Haben wir noch was? Äh. Ein. Bytecoins. Ja. Das war's. Ja. Mit dem Chili chillen, Alter. Ja. Komm. Weiter. What? Du brauchst ne Erkleidung. Ja. Deine Miete ist fällig. Ja. Weiter. Und du bist verlangt. Ja. Geil. Wow. So. Also. Dann erstmal zum Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Ähm. Businesskleidung. Businesskleidung. So. Raus. Dann zu dieser Hand. Ja. So. Und dann. Ähm. Verlangsamen. Und Gebäude schließen. Ähm. Wo ist es denn? Ah. Backscore. Da. Du weißt, dass du damit auch dir selbst hat schließt. Achso. Stimmt. Ah. Fuck ey. Das stimmt. Verwarrrt. Okay. Dann. Ne. Zurück. Was ist denn? Zombie Girl. So. Kannst du mal da drauf gehen? Oh ja. Das hört sich ganz gut an. So. Dann raus. Dann gehst du arbeiten. So. Einmal. Noch einmal. Dann gehst du raus. Zur Bank. Ähm. Miesenzahl. Und alles. Äh. Einzahlen. Das war's. Das war's. Das ist noch Restzeit. Ja. Also billige Wohnung. Ja. Geh mal rein. Zu meiner Wohnung. Entspannen. So. Ja. Mieter verlegt. Nahrung. Meine Kleidung. Meine Kleidung. Und die Beinbeinerung. Und die Beinbeinerung. So. Hund streichern. Mein Hund ist übelst glücklich. Nahrung. Hä. Hab ich nicht dich verlangsamt? Hast du eigentlich gemacht. Was würdest du eigentlich gemacht haben? Bei dir ist das aber normal. Ja. Fällt mir grad auch auf. Vielleicht hat's... Nur einmal Runde? Vielleicht hat's meinen Klick nicht angenommen. Das ist belastend. Dafür hast du mir jetzt die Zombie-Raudis auf die Fersen geschickt. Ja wow. Aber bis jetzt kam ja noch nichts. Wir kommen jetzt am Ende der Runde. So. Ich brauche Kleidung. So. Boa. Boa. Was machst du da? Lass mich das mal machen. Ich weiss auch mit was ich zu tun hab. Ach. Du hast mir weg gekauft. Dann... Ah nee. Kann sein. Dass ich das gekauft hab und du deswegen das nicht machen konntest. Ah. Ach. Ah johne, fass ich mal nochmal die Stadt. So, und da ist Richmond, gestorben auf ne Bergwanderung, damit man mich nicht Eiswehe klauen kann. Und hier geht's absolut scheiße. Dankeschön. Das ist belastend. Nein! Wir haben hier genau ein. Ähm, bis zur Hälfte? Äh, nochmal? Bis zurück? Jupp. Dann zum Arbeitsamt. Zum Arbeitsamt. So. Okay, gehst du mal zur Uni? Na, spiel zur Uni? Nee, nee. Oder, wow, lol. Ja, mach Dozent, Alter. Jo. Easy. So, dann ist zur Uni. Und dann einmal draufklicken, studieren. Ja. Nochmal. Und dann Arbeit. Jo. So. Ja, lass mal deine... So. Alter, what? Ich hab 171 Dollar Gewinn gemacht. Halt. Meine Nahrung, gib mir Heels. Meine Bergwanderung tat mir auch gut. Ich hab 32 Dollar gemacht mit meinen Bytecoins. Die Kriminalität startet. Ich fühl mich verlangsamt. Ernsthaft, du hast mir meine Kleidung geraubt. Danke dafür. Okay, lass mich überlegen. Ich komm in neue Kleidung. Easy. Ja? So. Haben wir das schonmal? So. Ach du Scheiße. Reckst du's. Schön zurück. Danke. Dann warte ich mal gucken, wieviel Arbeitserfunk habe ich. Ah, zu wenig. Arbeiten. Ach Scheiße. Du hast deine Miete nicht bezahlt. Auf. Er hat zwar 2000 auf der hohen Kante, aber trotzdem schuldig. Scheiß drauf. Scheiß auf die Milchscholten. Was bringt diese Klingel da? Letzte Runde. Achso, lol. Okay. Verlangsamt. So. Was wurde mir geklaut? 144 Dollar. Okay, dann gehst du zur Bank. So. Holst alles. Gehst raus. Gehst nochmal arbeiten. Ähm. Ah ne, du arbeitest ja da. So stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Eins. Nochmal einmal. Nochmal. So, dann gehst du raus. Dann gehst du zum Einkaufszentrum. So. So. Easy. So. Oh, ich hab vergessen zu essen. Oh, ich hab vergessen zu essen. Oh, das ist belassen. Oh, das ist belassen. Das ist sehr belassen. Okay, ist alles kein Thema. Ich geh nochmal arbeiten. Ähm. Fitness spüren nochmal. Ich geh nochmal ein bisschen Juga machen. Und kauf dann nochmal ein bisschen das. Sollte passen. So, mal gucken. Ey, ey, ey. Endresultat. Oh, fuck ey. Yo. Ach du Scheiße. Okay. Hast du echt noch mehr Kleidung gekauft als ich? Krass. Ja. Damit hab ich nicht gerechnet. Dass du mehr Kleidung gekauft als ich. Punkte du einfach hast. Yo, what? Na gut. Du musst überlegen. Das Haus hier hat relativ viel gepusht. Und es war auch gut, dass du am... Das Haus hier bringt viel. Ja, guck mal. 2905 Punkte hat mir das gebracht. Und was halt auch gut war, war, dass du am Ende dein komplettes Geld verwendet hast. Ja. Und ich hatte dann auch relativ viele Heals immer. Und konnte deswegen viele Zauber auf dich auswirken. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war ne schöne Runde meiner Meinung nach. Ja, GG. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas öfters sehen wollt. Bzw. ich glaub ich blende auch eine Infokarte ein, wo ich das frage. Und ich sag mal so, bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020